Kondenswasser, ein Fenster, wo die Heizung ist, dann schlägt sich das nieder und kommt hier runter. Und hinten auch immer wieder. Manchmal denkt man, die Mods machen Pipi-Hilfen-Pops. Da brauchst du auch nicht stark in der Nähe von stehen. Ja! Hans, du machst gleich ein Dumpf! Gut! Ja! Und du schneidest jetzt bewusst unten schon recht tief an. Ja, ja. Ja, das ist leicht besser. Ja, das ist bei seinen Bildern jetzt. So wirkt das ganz anders. Muss man bei ihm sein? Nein. Aber es kommt jetzt auch das Licht richtig gut in dem Leben. Soll ja wie ein Tänzer, wenn du für Bühne sind. Ja, ja, ja. Harald, ich würde auch gerne noch mal eine Serie machen, denn du hast recht. Ja, ja, ja. Und da hier fotografiert dann brutal. Ja. Obel so gegen das Lichthaut, ne? Ja, ja. 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 Aber das fällt mir nicht. So fällt mir es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Der ist mir zu tief von der Platte, nicht? Ja, aber wenn man jetzt so Madonna oder so was die Binda in Katalogen, das sieht schon so aus dann. Das andere ist schon technisch perfekt, aber so hätte ich gern noch gedacht. Ich schaue jetzt auf Blender 9, Blender 9. Ja jetzt Schluss, wir tauschen jetzt. So, jetzt tauschen wir, sonst wären wir da nicht mehr fertig, wir wollen ja noch weiter ausmachen. So, aus, die Lichtbox leer und die eine Platte muss weg hier, die mache ich schnell weg. So, und die hinten, die kommen jetzt als nächstes. Und dann den ganzen anderen Job. Okay. 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 Okay.